Neben JetGPT sind in den letzten Monaten eine Vielzahl von KI-Lösungen auf den Markt gekommen und ein großer Teil von diesen KI-Lösungen wurde durch junge Startups tatsächlich entwickelt und an den Markt gebracht. Und wir haben ja auch schon diskutiert, dass gerade das Thema Generative AI das Potenzial hat, für jeden neue Lösungen in diesem Themenfeld zu entwickeln. Und das wollen wir heute etwas näher beleuchten. Dazu habe ich einen spannenden Gast dabei, Professor Rüdiger Kaps. Der ist Professor hier an der Universität Paderborn für Entrepreneurship und wissenschaftlicher Leiter des TechUps und der Garage 33 und wurde jetzt, glaube ich, schon zum zehnten Mal ausgezeichnet als einer der 40 führendsten Köpfe im Bereich HR. Und ich freue mich sehr, dass wir ihn heute zum Gast haben zu dem Thema. Oh Mann, danke. Ich freue mich, dass ich da arbeiten darf. Ja, herzlich willkommen, Rüdiger. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir einmal dieses Thema KI und Startups näher beleuchten, weil wenn man so guckt, wie viele neue KI-Apps, dann sind oftmals, ich nenne es jetzt mal kleinere Unternehmen, kleine Buden fast schon, die mit einer coolen Idee um die Ecke kommen, stellen das sofort online. Man kann es jetzt bei GitHub runterladen, ausprobieren. Was hat das Thema KI mit der Startup-Szene so allgemein gemacht? Hat das das verändert oder sagst du, nö, ist eigentlich so wie immer? Egal ob KI, eigentlich jede Veränderung gibt Chancen für Startups und für Unternehmen, die schneller und beweglicher sind. Je größer die Veränderung, desto größer die Chancen. Und natürlicherweise sind etablierte Unternehmen nicht so schnell wie Startups. Hinzu kommt letztendlich, dass viele Unternehmern, je disruptiver das Geschäftsmodell oder die Veränderung ist, desto mehr Schwierigkeiten haben sie, schnell zu sein. Gutes Beispiel ist Google Alphabet, die eigentlich mit DeepMind schon seit 10, 15 Jahren KI-Forschung machen und eigentlich der geborene sozusagen Vorreiter für KI sein müssten. Warum sind sie es nicht? Weil sie Angst um ihre Cash-Cow hatten, sodass sie ihren disruptiven Part ausgebremst haben. Bewusst oder unbewusst wissen wir nicht. Aber letztendlich führt es dazu, dass je gravierender eine Veränderung ist um KI, wer ist es, desto besser die Chancen für Startups. Ja, spannend. Die Frage stellt sich, ob das irgendwann OpenAI irgendwann auch so gehen wird, wenn sie tatsächlich in dem Thema jetzt so weiter wachsen. Ist das, glaube ich, etwas, was man gut beleuchten kann auch und vielleicht auch erklärt, warum Google so ein bisschen hinterher hängt, zumindest in der Wahrnehmung auch. Sie haben natürlich mittlerweile technologisch dann eigentlich schon ganz gut aufgeschlossen. Wie seht ihr das so in der täglichen Arbeit bei euch in der Garage 33? Ihr habt ja eine Menge an Startups da, auch junge Gründerteams, also die noch gar nicht gegründet haben, sondern auf dem Weg dorthin sind. Ist die Anzahl, die tatsächlich etwas mit KI machen wollen, gestiegen in den letzten, ja, ich sage jetzt mal, 24 Monaten? Die, die über KI sprechen, das ist explodiert. Die, die KI machen, die müssten wir jetzt erst mal definieren, was KI ist. Und wir hatten ja schon über die letzten Jahre Machine Learning, Algorithmen, Startups. Also natürlich kann man sagen, das ist ein Trend, das ist ein Hype und natürlich befassen sich immer mehr damit. Aber ehrlicherweise über die letzten Jahre hat es viele dieser KI-Maschinen-Learning-Startups gegeben. Das Besondere, was uns ja auszeichnet, dass wir nicht der Standort OWL des E-Commerce sind oder der reinen App-Anwendung oder Entwicklung, sondern es immer zusammenbringen mit Industrie, also Hardware mit Software zusammenbringen. Und diese Kombination beschleunigt sich. Also, dass man von Geschäftsmodellen, die eine Hardware verkaufen, zu Geschäftsmodellen wechselt, die sozusagen ein Recurring-Revenue-Modell ist und eine KI oder ein Machine Learning-Modell im Paket mit der Hardware letztendlich dann zu wiederkehrenden Geschäftsmodellen und Einkommen führt. Hast du vielleicht mal ein, zwei Beispiele? Mir fallen natürlich auch schon welche ein, die ich so aus dem Umfeld kenne, aber wo man auch wirklich sagt, die sind auf einem guten Weg, weil die dieses Thema KI und Industrie vielleicht auch ganz gut zusammenbekommen. Ja, also die Bandbreite ist überraschenderweise selbst für OWL und die Uni Paderborn relativ hoch. Also von einer wirklichen Maschine, die in einer Anwendung ist, einen manuellen Operator hat, dieser letztendlich produktiver wird durch ein Dashboard, durch eine KI, eventuell die Produktivität erhöht bis hin zu, und das traut man Paderborn gar nicht zu, Startups im MedTech-Bereich, also wo im Endeffekt der Chirurg oder Operateur durch eine Navigations-KI invasive Operation deutlich zielgenauer und mit weniger Nebenwirkungen umsetzen kann. Und diese Bandbreite haben wir ehrlicherweise an der Uni Paderborn und dadurch auch bei uns in der Garage reinweist. Ja, das ist natürlich super und zeigt natürlich auch Dinge, die wir hier auch schon im Tech-Talk immer wieder besprochen haben, dass die Zugänglichkeit für alle Branchen, für alle Bereiche zu dieser Technologie einfach jetzt viel niedrigschwelliger ist und dadurch natürlich auch neue Ideen entstehen und auch neue Geschäftsmöglichkeiten, wie schön du das erklärt hast. Gibt es Dinge, wo du sagst, das sind vielleicht ein paar Ideen, die jetzt mit KI beschleunigt werden, die vielleicht eher, ja, ich will nicht sagen besorgniserregend, aber vielleicht sind das keine Dinge, die wünschenswert sind an vielen Stellen. Es gibt ja auch das Thema AI-Act, wo es ja viel um Datenschutz geht und ich kann mir gut vorstellen, wir hatten auch schon mal so die ein oder andere Geschäftsidee, die aber technisch oder umsetzbar wäre, aber halt rechtlich oder auch gesellschaftlich zumindest fragwürdig wäre. Hast du sowas auch schon mal gefunden, dass da Leute technologisch gut ausgereift mit dem Thema KI umgehen, aber dann vielleicht die Sache nicht zu Ende gedacht haben? Ehrlicherweise bei uns im Gründungszentrum weniger. Warum? Weil wir typischerweise nicht eine ChatGPT-App bauen, ein Gemini oder ein Perplexity oder wie auch immer diese KI-Anwendung heißen, sondern wir bauen für ein reales Problem eine Lösung, die eventuell mit KI angereichert wird. Das bedeutet, wir haben eigentlich in der Regel ein Problem, das momentan anders gelöst wird, nicht so gut gelöst wird oder ein neu aufkommendes Problem. Die sind aber immer sehr nah am Markt, sehr nah an den Problemen der Kunden und werfen dadurch durch diese operative Nähe in der Regel diese gesellschaftspolitischen Fragen nicht zu dem Ausmaß auf, wie sie natürlich bei OpenAI über letzten Monate diskutiert wurden. OpenAI ist ja nicht kundenorientiert an dieser Sache und hat einfach eine große Technologie auf die Menschheit losgelassen und das ist ja weniger, weil ihr das glaube ich, wie ich finde, auch dementsprechend sehr sinnvoll macht, nämlich vom Kundenproblem her denkend und deswegen grenzt sich das wahrscheinlich dann auch ganz gut ein. Jetzt ist natürlich KI nicht nur im Produkt oder im Service oder im Geschäftsmodell relevant, sondern wir sehen das ja auch bei vielen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, ja tatsächlich in den Unternehmensprozessen selbst. Es sind Startups keine großen Tanker und die sind per se etwas schneller und flexibler und agiler in allem unterwegs, aber gibt es etwas, dass ihr sagt, wir müssen eigentlich bei uns selbst auch in so einem Tech-Up-Center in der Garage 33 KI als Befähigungstechnologie zur Verfügung stellen, damit die Leute, ich will jetzt nicht sagen, mit JTB Team Businessplan schreiben, aber einfach in ihren Prozessen, in ihren Tätigkeiten schneller werden, auch in der Entwicklung von Lösungen. Das sind ja oftmals Leute, die gute Ideen haben, aber vielleicht noch nicht die zehn Jahre Ingenieurserfahrung haben. Hilft das denen da auch? Habt ihr sowas auch schon beobachtet und unterstützt ihr sowas auch proaktiv? Ja, also ich glaube, dass es für mich ist KI in meinem naiven Verständnis erstmal ein Produktivitätsgewinn für die meisten Funktionalitäten. Und das kann bedeuten, dass man KI einsetzt, um schneller zum Ziel zu kommen, bei der Prototypenentwicklung schneller zum Ziel zu kommen. Oder wenn wir, eben gerade habe ich Medizintechnik angesprochen, die Iteration, die es bedarf, um eine Lösung zu finden, da hilft KI ungemein. Deswegen ist KI für mich auch eine Querschnittstechnologie. Wir sind darauf aufmerksam geworden, weil wir jetzt auf einmal so eine total simple App haben, die Milliarden von Menschen spontan benutzen könnten. Also ich glaube, ChatGPT war innerhalb von zwei Monaten auf 100 Millionen Nutzer. Diese Simplizität ist ein wahnsinniger Gewinn. Letztendlich ist das aber nur das, was wir in der Allgemeinheit wahrnehmen. Es gibt natürlich ganz andere Bausteine, die anders funktionieren. Und ich glaube, da ist der Medizintechnikbereich oder die Pharmaindustrie ein tolles Beispiel, die normalerweise ihre Produktionszyklen über viele Jahre strecken müssen, um zu einer Lösung zu kommen. Jetzt können die durch KI viele Iterationen wesentlich beschleunigen. Und ich erwarte mir einen Innovationszyklus, der deutlich verkürzt wird, gerade für Medikamente, für Neuentwicklungen im MedTech-Bereich. Das bedeutet ja auch, dass man, wenn man jetzt junge Gründerin oder Gründer sein möchte und unternehmerisch aktiv ist, man müsste sich eigentlich gucken, an welchen Stellen in anderen Organisationen oder in Geschäftsbereichen gibt es eigentlich einen potenziellen Produktivitätsgewinn, den ich beschleunigen kann oder überhaupt befähigen kann, weil das gar nicht so einfach ist. Also für die Organisation selber das zu erschließen. Das heißt, ihr habt dann immer diese gute Verbindung, ich sage jetzt mal, zwischen Corporates, also bestehenden Unternehmen und in jungen Startups und wahrscheinlich dann aber auch mal an einer anderen Stelle auch Förderer, Leute, die das Funding mit reinbekommen am Ende des Tages, die vielleicht auch mehr auf KI achten oder eher spielt das eigentlich keine Rolle? Es geht darum, dass jemand einfach eine gute Idee hat und ein gutes Problem löst oder gibt es schon Leute, die sagen, was habt ihr an KI-Startups, weil ich bewusst in diesen Bereich mein Geld investieren möchte? Wir haben eigentlich zwei Zielgruppen. Die eine Zielgruppe kommt in der Regel aus den Hochschulen, Studierende, Absolventen, Doktoranden und Forscher. Die kommen mit Ideen in der Regel aus der Grundlagenforschung. Die sind technologisch so weit, dass sie die Ideen mitbringen. Wir sind dafür da, dass die Idee in den Transfer kommt, in Geschäftsmodelle reinkommt etc. Der zweite Bereich ist, dass wir mit insbesondere regionalen, aber auch überregionalen Unternehmen zusammenarbeiten, die natürlich in so einer dynamischen Zeit sich auch permanent neu erfinden müssen. Und das können sie alleine besonders gut in diesem inkrementellen Bereich. Sie können es weniger gut alleine aus unserer Sicht in dem disruptiven Bereich. Und dabei bedarf es zusätzlicher Menschen mit einer anderen Sichtweise, anderer Methoden und Tools, vielleicht auch eines Makerspace, um schneller Prototypen zu bauen. Und da sind wir sozusagen mit der zweiten Zielgruppe auch sehr, sehr aktiv unterwegs, aber wirklich in dem Bereich, wo Sie sagen, da möchten wir in ganz neue Märkte, da möchten wir ganz neue Geschäftsmodelle erarbeiten, was wir alleine zu dem Ausmaß mit unserem Personal, mit unserem Denken normalerweise nicht so gut können. Super, jetzt hast du gesagt, ihr habt ja einen tollen Makerspace-Bereich, wo man sehr viel auch in Richtung Prototypenentwicklung und auch Aufbau machen kann. Also ich sage es mal, das physische Part vor allem, Elektronik, Mechanik und dergleichen. Ich habe mir das neulich auch mal bei dir anschauen dürfen. Das ist schon sehr beeindruckend. Wie geht man aber mit dem Thema KI beim Bereich Makerspace eigentlich um? Also kriegt jeder eine Chichipitin-Lizenz oder kriegt jeder eine Nvidia H100-Grafikkarte zur Verfügung, was wahrscheinlich unrealistisch ist, aber da werdet ihr euch ja sicherlich auch schon Gedanken gemacht haben. Ja. Ich glaube, es fängt deutlich trivial an, nämlich, dass ein Kundenproblem existiert. Und dieses Kundenproblem ist meistens auch mit einer Hardware-Problematik verbunden. Das bedeutet, wenn du jetzt eine Maschine intelligenter machen musst, musst du auf einmal einen Sensor anbringen, musst du Hardware-Einstellungen verändern. Und das ist eine riesen Herausforderung. Manchmal ist die Software gar nicht die Herausforderung, weil die Gründer können das alleine, wo auch immer, programmieren. Die Hardware-Konstruktion ist die Herausforderung, weil es mehrere Iterationen auch in der Hardware bedarf, um die richtige Hardware-Lösung gefunden zu haben und man nicht in die großen Unternehmen kann mit diesem Spielzeug-Sandkasten-Experimentier-Set und auch Lohnfertiger überhaupt kein Interesse daran haben, das zu machen. Das rentiert sich für sie nicht. Das bedeutet, wir müssen einen Prototypen-Sandkasten bauen, in dem sie schnell mit vielen Iterationen, mit möglichst vielen Materialien sozusagen die Software mit der Hardware zu einem Geschäftsmodell und Prototyp zusammenbringen. Und das gibt es sehr wenig in Deutschland, überraschenderweise. Und da sind wir froh, dass wir neuerdings genau das machen können. Ja, und wahrscheinlich dann, ich sage jetzt mal, bis zu einer kleinen Serie kann man das noch abbilden. Aber dann muss man natürlich dann mit professionellen Fertigern und Lohnfertigern zusammenarbeiten. Aber das ist natürlich ein Riesenvorteil für die Gründerinnen und Gründer und natürlich auch für die Klarheit der Kunden, um zu sehen, was erwartet mich tatsächlich aus der Zusammenarbeit. Jetzt ist KI natürlich ein superdominantes Thema, was ich momentan ja auch hier im Tech Talk sehr stark beleuchtet, aus verschiedenen Sichten. Ist, glaube ich, ein mega spannendes Thema, aber festgestellt für Gründerinnen und Gründer. Wird auch, glaube ich, noch lange so bleiben. Aber es gibt sicherlich auch Themen ohne KI. Oder würdest du sagen, nee, KI ist schon, also brauchen wir nicht mehr Gründen ohne KI, weil alles verletzt sein wird. Oder gibt es auch coole Ideen, die eigentlich noch nicht mal Software drauf haben? Die Ursprung ist gar nicht Technologie bei uns. Der Ursprung ist eigentlich ein Kundenproblem. Also wir gehen immer von der Kundenproblematik aus und dann ist die Technologie oder das Geschäftsmodell folgt dem. Also nehmen wir mal ein ganz simples Beispiel, das überhaupt nichts mit KI zu tun hat. Wir haben ein Startup, das nennt sich Stets. Das Problem ist, Menschen haben über ihr Leben häufig mal, brauchen sie eine Krücke, weil sie einen Beinbruch haben, weil sie irgendein Handicap temporär haben. Das Problem an diesen Krücken ist, wenn ich jetzt mit Krücken kommen würde, müsste meine Krücke hier irgendwo hinstellen. Ich wüsste nicht wo und im Zweifel stoße ich dran und sie fällt um. Ich bin aber im Zustand, wo ich die wahrscheinlich gar nicht aufheben kann. Das bedeutet, ich brauche eine Krücke, die im Endeffekt von alleine steht in jeder Situation und sofort, wenn ich sie habe, wieder ganz normal gebrauchbar ist. Und das hat stets für den Aftermarkt, also für Kliniken, Sanitätshäuser gebaut und ist jetzt auf dem Markt. Hat gar nichts mit Technologie zu tun, braucht es auch nicht, weil es ist hoch skalierbar. Es gibt Millionen von Menschen, allein in Deutschland, die auf Krücken angewiesen sind, temporär. Wenn man sich das weltweit anschaut, dann ist das ein tolles Problem, dass man skalierbar lösen kann. Vielleicht sind die Gründer mit so einer simplen Lösung, je simpler, desto besser, vielleicht sogar erfolgreicher oder schneller erfolgreich als komplexe KI-Modelle. Ja, die wahrscheinlich, wo man sich auch schnell verrennen kann und ich denke mal, ich habe ja Mechatronik mal studiert. Da gab es immer die mechatronische Mäusefalle, die am Ziel, am Problem vorbei entwickelt wurde, wo man sich sehr schön als Ingenieur austoben konnte. Und dabei hat das einfache mechanische Mäusefalle, reicht vollkommen aus. Ja, super, Rüdiger, für das Gespräch, dass wir das mal so aus unterschiedlichen Sichten auch leuchten konnten und vor allem auch mal feststellen konnten. Also KI, ja, Riesenthema für Gründung, Riesenpotenzial, aber man muss vor allem vom Kundenproblem her das Ganze verstehen und sagen, für was brauche ich es denn eigentlich. Ich glaube, das nehmen wir heute mit und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Folge und nochmal vielen Dank, Rüdiger, dass du heute dabei warst. War mir eine Freude, Roman. War mir eine Freude, Roman.